herr stäblein herr müller wie ist es denn gut eigentlich doch ja ich komme ich hatte ich hatte vorgestern geburtstag ich wollte das nur mal ausprobieren ich finde das immer ganz unangenehm ich finde das ganz unangenehm wenn leute so ankommen sagen ich habe heute geburtstag und ich dann so angucken und als würden sie irgendwas erwarten weißt du was ich meine ja ich habe ich habe übrigens heute geburtstag ich finde das ist die einzige leistung mit der du wirklich eigentlich gar nichts zu tun hast also ich meine du bist daraus also kommt man da krabbelt man da also musst du als baby was machen um ich glaube ich glaube dass eine geburt sehr anstrengend ist für das baby für das baby ja deswegen sind die auch immer total fertig also aber ich glaube man feiert ja auch dass man ich finde schon also das wenn ich jetzt sage ich habe dass das 42 lebensjahr erreicht da habe ich ja auch ein bisschen was zu beigetragen mich also nicht umgebracht geatmet so geatmet selbstständig habe mich ernährt um es bis hierhin zu schaffen ich finde das ist schon das finde ich schon okay aber ist es denn so dass du davon fragen wie alt geworden bist oder ist das 42 ich hatte es gerade gesagt ich hatte es gerade schon gesagt verzeihung ich wusste jetzt gar nicht dass du geburtstag hattest wenn ich ehrlich sein soll vorgestern ist es für dich also denkst du so wieder ein jahr älter oder ist das dir irgendwie egal bedeutet der tag was nein nicht mehr nicht mehr also ich finde es ich finde es dann schön wenn wenn man wenn man ein geschenk geburt bekomme immer gern geschenk geschenke finde ich super meine tochter hat mir eine neue frisur geschenkt jan hat eine neue frisur hat eine frisur die ist schon ein paar tage älter musste mir die haare schneiden da komme ich gleich noch zu deine tochter was hat sie geschenkt die hat mir ein auto nee die hat mir zum geburtstag ein loch gebuddelt und das ist so dass wenn du dann 42 wirst und deine tochter sitzt vor dir am sand und sagt papa ich habe ein loch gebuddelt für dich das gibt dir zu denken das ist war schon so ein bisschen deep das ist schön hast du dein testament denn schon aufgeregt was krieg ich denn deine smoker so schönes geschenk ja absolut ja ich fand jetzt auch nicht 42 ist ja auch nichts was du so groß feierst es sei denn du bist ein riesen fan von per anhalter durch die galaxis dann feierst du den 244 geburtstag hier ein bisschen nerd-tum an der seite aber ich glaube den fünf den fünfzigsten werde ich wohl feiern müssen aber ansonsten ist mir das auch immer viel zu viel rummel aber das sind ja auch noch acht jahre und wie wir mittlerweile wissen kann in acht jahren in achten monaten viel passieren noch sehr viel passieren also dann habe ich vielleicht wirklich einen grund zu feiern wenn das jetzt klappt mit der 50 die werde ich feiern ansonsten scheue ich den aufwand ich habe da einen einfachen life hack entdeckt ich gehe einfach auf andere partys wenn ich geburtstag habe und ich war an meinem geburtstag auf einer hochzeit okay so deswegen auch der haarschnitt weil das musste ja irgendwie musste man ja wieder nach dem ganzen siehst festlich aus doch es ist so dass so ein bisschen nach drüben gestylt noch so ein bisschen ein bisschen menschlich wollte ich wieder aus gelungen und gute freunde haben geheiratet und haben dann dementsprechend auch gefeiert und das war sehr schön was mich ja was ich was ich bei den beiden auch erwartet habe aber man bist du schon mal so bei einer wenn du zu einer hochzeit gegangen bist du warst du schon mal so richtig entsetzt also ich habe um ehrlich zu sein auf unfassbar vielen hochzeiten getanzt weil ich weil ich in meinen zwanzigern doch eine kleine kellner service gastromaus war bei einem frechen personaldienstleister und ich habe sehr viel gesehen also ich habe wirklich alles gesehen ich habe hochzeiten gesehen bei denen ich gedacht habe ich möchte euer leben uneingeschränkt und ich habe hochzeiten gesehen weil ich mir gedacht habe okay wenn das leben und eure freunde sind dann würde ich morgen ein one way ticket nach brasilien holen alle kontakte abbrechen und nie wieder zurückkommen aber dann hat es in den fällen ja sag ich mal eine gewisse distanz zu den zu den leuten ich finde das nämlich wenn du auf eine hochzeit gehst von von menschen die du eigentlich wertschätzt und dann ist das so eine ganz unangenehme veranstaltung dann ist das ist man lernt dann ja quasi eine seite an menschen kennen die man mag die man so nicht vermutet hätte weißt du was ich meine ja aber aber meinst du weil es weil es dann neben gegangen ist oder weil sie nicht mehr geld hatten ich meine geld glaube ich gar nicht also scharm kostet nichts geschmacklos so komplett übertrieben also wenn es so über die vielleicht ja noch romantischen grenzen geht und vielleicht auch wenn es so eine ich nenne es gern baumarkt romantik wenn es so vorgefertigter herkommt wie so wie so kalendersprüche weißt du was ich meine dann dann finde ich es ganz schlimm und wenn du einfach merkst dass die sich an diesem tag der sehr wichtig sein kann für die beiden aber selbst so wahnsinnig wichtig nehmen und das so jedem so so rein drücken mein cousin hat geheiratet und ich war leider da und der kam mit seiner frau in diesen angemieteten festsaal in einem lichtspot der raum wurde abgedunkelt und er kann in einem lichtspot reinmarschiert zu den klängen von my heart will go on ich glaube dass ich kenne deinen cousin ich aber ich glaube dass er nichts dafür kann doch doch meinst du es war seine idee ich meinst du er hat es genossen auch sein hast du mir die augen geguckt dabei ja 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 aber die waren immer schon dann immer schon sehr tot diese augen aber das war da ist für mich dann auch gleich alles gelaufen kennst du dieses großartige youtube video wo so eine braut und der brotigam in die kirche einlaufen und der typ oben statt zu diesen hochzeit song aber dann im skrillex remix also großartig und ja ist wie gesagt aber es muss ja man muss sich ja noch nicht mal irgendwie sowas einfallen lassen aber ich finde so entweder überbordend kitschig oder total von der stange finde ich dann immer so ein bisschen mag ich nicht also ich habe oder wir haben unsere hochzeit ich habe die hochzeit so gestaltet dass ich gerne hingehen würde das war mein so das war mein ja also die die tiger ging nicht wegen der katzen allergie meiner schwester aber ansonsten habe ich wirklich alles besorgt wenn wenn ich aufkreuzen würde würde ich denken nein wir hatten den tischtennisplatte gebucht wir hatten alpakas wir hatten ja wirklich werden so ich stelle ich dachte bei bilder wir hatten so ein coffee bike so na und was mir so wichtig war war geiles essen und so und also das war schon echt ich muss ganz ehrlich sagen das war schon porno was jeder was wir abgeliefert haben also ich bin auch echt stolz auf den tag so und es war auch mega geil viele sagen immer so meine schwester zum beispiel sagt über ihre hochzeit rückblicken betrachtet hätte ich die 15.000 euro genommen und werden schön urlaub geflogen und das kann ich gar nicht sagen also es war wirklich echt mega geil so es war der letzte schöne tag das letzte mal sonne letztes jahr im sommer danach wurde es direkt am nächsten tag zehn tage kälter zehn tage am nächsten tag wurde zehn grad kälter hat geregnet und so und also wenn gott was gegen schwule hat hat er nichts mit dem wetter zu tun because we had sunny sunny sunshine sonst hätte es wahrscheinlich einen gay witter gegeben in bezug auf schwulen sex ist auch irgendwie weird egal themenwechsel nee das war schon echt wir hatten so richtig spätsommer licht so wir haben ich weiß nicht kennst du das rittergut ohr in pulheim das ist so ein altes ritterhaus mit so einem riesigen park und sah einfach wie es aussieht wie magie so der ganze tag durch das licht und so und wir haben auch echt nur leute eingeladen bis auf ein paar ausnahmen manche leute muss man einladen da kommst du einfach nicht dran vorbei aber wir haben fast ausschließlich leute eingeladen bei denen wir uns beide vorher gefragt haben freuen wir uns wenn die das grundstück betreten also was ich meine nicht so ja die tante muss sich einladen und den und auch mit dem habe ich mal zusammengearbeitet sondern es war so immer wenn wir da durchgegangen sind dieses so freue ich mich wenn der da ist wenn ich den sehe ist der erste impuls freude oder viel spaß ja und das war so und deswegen hatten wir auch echt eine truppe das war das war schon geil das schön ja da also ich war jetzt wie gesagt ja da vor zwei tagen dann auch auf dieser hochzeit und die hatten so einen landgasthof sich da angemietet im moment ist es glaube ich auch generell bisschen schwer hochzeiten zu feiern das durften auch nur glaube ich laut der alten verordnung 75 personen zur feier selbst ich glaube jetzt sind es glaube ich schon 150 aber da waren es noch 75 es war so ja wie gesagt es hatten es hatte nichts sakrales es war so es war war eine party und wenn du sag ich mal trotz anzug in so einen raum reinkommst und das erste was du hörst ist gin & juice von snoop dogg denkst du so das ist gut das mag ich dann mag ich das schön so ne fand ich fand ich fand ich wirklich sehr sehr schön aber wie gesagt hochzeiten hochzeitsfeiern können ganz ganz unangenehm werden und was ich ganz schlimm finde ist wenn sich dann leute berufen fühlen zu vorführungen und oder spielen da muss ich ganz kurz einschieben um auf meine hochzeitsfeier zurückzukommen ganz kurz noch mal der also wie obwohl wir homosexuell sind hatten wir auch nichts sakrales schwierig shit stop sondern wir haben das auch sehr also wir hatten eine freie trauung und ich habe halt viel haben ja solche trauredner mittlerweile also professionelle hochzeitsredner und so und ehrlich gesagt finde ich das nichts gegen die branche und nichts gegen die das haben aber ich finde es irgendwie ich fand's albern weil die person kennt mich nicht ich trinke mir der zwei kaffees erzählt er dann ja und dann waren wir da und dann haben wir das gemacht ja aber diese person geht nächste woche auf eine andere hochzeit verwechselt vielleicht noch die namen weil sie so einen vollen terminkalender hat ich finde das null persönlich wenn ich ehrlich sein soll deswegen wollte ich was anderes ich habe freunde von mir oder wir haben beide freunde gefragt die was zu uns sagen sollen und es war viel bewegender weil die kenne ich seit meine schwester kenne ich seit 30 jahren so meine freunde seit 10 15 oder auch aus der schulzeit wir haben aus allen lebenslagen jemanden gepickt und es war ich war ich habe wirklich geflennt so weil weil das halt einfach ergreifend war wenn du mit leuten schon so lang den weg gehst und die dann was über dich erzählen das finde ich viel viel persönlicher als jemanden zu engagieren dem ich bei zwei milchkaffee für 1000 euro irgendwie erzähle was so unsere story ist der da überhaupt keinen bezug zu hat also ja der dann schmierig da vorne steht die beiden haben sich kennengelernt in mallorca und du so ne ne andere andere hochzeit das waren die anderen wir kennen uns aus bochum so weißt du so okay alles klar you're totally involved und was auch schön war dass unsere freunde uns absolut kannten und wissen was wir was wir wollten und was wir nicht wollten deswegen gab es schon ein bisschen funny stuff aber nicht so dieses spiele sondern so ein bisschen medial was aufbereitet und so und das war schon echt mega schön was ja ja klar das ist natürlich habe ich da wirklich auch zu schnell alles über einen kamm geschoben aber ich weiß was du meinst dieses google hochzeitsspiele und du nimmst die ersten drei so weil du keinen bock hast dich damit auseinanderzusetzen aber irgendwas machen musst und wo ich wovor ich panische angst habe sind gedichte so gedichte von menschen die nur dann dichten wenn jemand 70 wird oder wenn jemand heiratet und dann so auf 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 metrum und reim schema und sowas einfach kacken weil sie heute konnten sich die beiden im standesamt ihre liebe bekunden und deswegen haben wir uns jetzt hier auch so zahlreich zusammengefunden heute konnten sie sich endlich entscheiden und werden in zukunft andere partner er meiden das ist schon fast wieder zu gut ich bin zu gut ich bin einfach ein dichter und denker das ist ja letztlich alles was du tust wenn du solche solche reden redest solche solche spiele da den leuten aufbürdest oder die diese gedichte vorträgst ist ja du hältst ja die leute eigentlich nur vom saufen ab und vom essen ja und wenn du mal vom essen abhält dann werden die leute relativ schnell ungeduld so was ich was wir was wo ich auch sagen musste weil ich so viele hochzeiten gesehen habe und da ich so eine gastromaus bin wusste ich halt genau in welche fallen ich nicht tappen wollte na also ich habe halt so viele ich so zu spätes essen und ich habe zum beispiel wir haben da wir ja die die trauung schon vor jahren gemacht haben und dann die party gemacht haben habe ich auch zum beispiel gesagt wir fangen um eins an ja dann haben die leute schon frühstückt zu hause und kommen relativ satt erst mal dahin dann gibt es ein bisschen fingerfood bisschen snacken paar drinks und so weil ich finde fast nichts schlimmer als frühs zum standesamt zu gehen dann sagen die so ja in vier stunden treffen wir uns an der location und du so ich bin in einer anderen stadt ich habe keine was machen vier stunden so und dann dann hängst du irgendwo rum um dann irgendwann müde und irgendwie vielleicht hungrig die anderen waren doch was essen die eine hälfte hat voll hunger die andere stirbt und dann kommst du da an und dann gibt es aber noch nichts außer irgendwie zwei kekse und du so ich werde aggressiv oder wenn leute die einfach eigentlich in deinem näheren umkreis wohnen und eigentlich einen ganzen freundeskreis in dieser ecke rekrutiert haben dann sagen wir heiraten übrigens im sauerland auf dem landgasthof dedrichs da stehen jetzt auch schon mal wir haben ja schon mal 20 zimmer reserviert ansonsten gibt es noch eine menge pensionen im umland und du weißt ganz genau dieses fucking wochenende wird mich jetzt so 750 euro kosten ja und sauerland ist ja noch da es gibt ja ganz andere mittlerweile die sagen so ja wir heiraten auf ibiza und dann denke ich mir so wenn du wenn du wirklich die kohle hast dann lad mich ein aber auf alles na das hängt sich bei den jungen gesellen abschieden an na also das ist ja irgendwie ja wenn wir so eine gruppe gegründet irgendwie und der chip leader da der irgendwie vielleicht sogar voll gut verdient ja wir machen wegas und du so ich mach ich mach wattenfall ich habe kein geld so und jeder will dass du unbedingt mit ziehst und dann so ja und wir müssen ja auch für den anderen bezahlen ist das ja klar und wir haben uns überlegt dass wir ihm noch so einen gold umhang kaufen und du so aber du weißt wenn es jetzt nicht langt aber halbe rino ich glaube für solche sachen wurden wurde easy credit erfunden dass ich erstmal in die privat insolvenz begibst dass du jemandem anderen den jungen gesellen abschied mit finanzierst also das finde ich aber echt so dieses ja also ich finde es ist ja auch ein wettbewerb geworden es ist irgendwie dieses die hochzeit ist für viele so dieses ich muss allen zeigen ist so ja ja wie geil ich bin wie viel geld wir haben was für was für pornöse menschen wir geworden sind um da diesen eindruck zu hinterlassen ich also ich habe auch gerade mit meiner wir hatten so eine die die deko gemacht hat ne weil ich kann nicht dekorieren ist ja auch so wie scheiße wenn ich dekoriere und die hat das richtig geil gemacht und so und der hat mir geschichten erzählt kein feminist kein frauen diskriminieren hier aber gerade von bräuten die die wahnsinnig geworden sind im verlauf der planung so von wegen so ein zwei nächte vorher mit um fünf uhr angerufen ich habe gehört dass die sabine die haben die haben so wasen mit mit kupferrändern auf der hause gehabt kupferränder und das wäre wohl das next das wird das ding so und kriegst du die kriegst du die noch und so nein so wir müssen verschieben ich ich weiße so na und ich habe eine freundin auf unserer hochzeit auch so erzählen hören so es war zwar so als spaß getarnt aber in jedem spaß ist was echtes drin und ich kenne sie und sie ist ultra kompetitiv was alles angeht im leben so na also selbst wenn es um eine wunde geht hatte sie die schlimmere so okay ich hatte man offen einen bruch in der wirbelsäule und okay dafür läuft so erstaunlich gerade an die ist so richtig kompetitiv und die ja dann irgendwie so gesagt weil die müssen die müssen oder wollen nächstes jahr also diese ja eigentlich heiraten und an dieser hat so mal mit der freundin ich habe gelauscht mein ohr auf soja super party ja keine ahnung ob wir nächstes jahr noch heiraten oder feiern wie willst du das noch übertrumpfen und ich dachte mir so mit tigern keine also schon krass und sowas wird ja auch total gefördert kennst du zufällig die serie vier hochzeiten eine traumreise ja 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 ich tatsächlich ich musste das mal mit an das ist der absolute oberhorror das ist der abs warum machst du damit was ist dein ganz ehrlich du du meldest dich da an du weißt dass drei drei fremde frauen wie pythons auf deiner hochzeit rumschleichen um jeden fehler zu finden um jede um dich runterzumachen dass sie sich besser fühlen und ihre hochzeiten dann ist der schönste des lebens den lässt du dir so verkacken weil du nicht nur den stress hast dass deine gäste das gut finden auch noch ein kamerateam und ein millionenpublikum sowas was was leitet ich dafür dass du dann drei sterne irgendwie nach thailand fliegst ich glaube wenn du nicht willst dass frauen nach fehlern suchen darfst du keine einladen aber das kamerateam ist das problem ja und dadurch wird ausgestrahlt und haben die punkte gegeben für die hochzeit wo ich mir dachte so ich fände es gut wenn sie das konzept noch so bis in die hochzeitsnacht ausweiten würden ja also der fick war dann drei sterne so wir waren ja alle dabei wie er sie geknallt hat und ja das war für mich nicht mehr als drei von zehn sternen und hat er keine hochgekriegt mit dem alkohol das ist ich frage mich tatsächlich diese diese also ich glaube ich war noch auf keiner die nicht irgendwie ausgeartet ist und natürlich wird das brautpaar ja bedingungslos abgefüllt oft ich glaube der stellenwert der hochzeitsnacht ist eigentlich mittlerweile gleich null absolut absolut du bist nicht performant du hast 39.000 stunden auf den beinen du bist schon seit wahrscheinlich ein paar jahren zusammen das letzte woran du denkst wenn du nach hause kommst ist sex mit jemandem der dreimal sein sein t-shirt gewechselt hat weil er so geschwitzt hat ja du bist müde du bist glücklich hoffentlich so na du hast du bist ja jetzt verheiratet du bist verheiratet es ist so ja nächste woche habe ich noch was frei so weißt du also ich glaube einfach vorstellen früher einfach gewartet bis nach was ist denn das auch für eine andere du kaufst ja wirklich die katze im sack du kaufst den sack und die katze keine ahnung du kaufst keine ahnung was du kaufst aber stell dir vor dass du richtig scheiße das ist so richtig schlecht hast du dich vorher wenigstens mal erkundet also dass du auch weißt du heiratest jetzt nicht irgendwie eine mini mini würstchenkette ja das klar stell dir das mal vor also entweder das oder einer von beiden ist halt so eine richtige pottsau ja andere so absolut kein interesse an irgendwas dann hast du auch eine relativ schlechte situation wenn jemand wenn jemand dann in der hochzeit nach wie sie wie so ein chirurg so das ding aufrollt so dieses der tennisball und und die windel und du sollten ich habe die mayonaise schon war ist das so ist das was er macht ja noch geheiratet kann ich dich jetzt endlich anpinkeln die teichfolie ausgelegt das ist glaube ich bin echt froh dass ich keinen fetisch habe also wenn man homosexualität jetzt nicht als fetisch bezeichnet aber ansonsten ich da war schon auch schon noch komisch jetzt stell dir vor sowas findest du in der hochzeitsnacht raus weil du nie mit der person sex hattest die du heiratest kommst du rein und dann ist da also nicht ist ja schon so die 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 latex matratze und ein hund und ein hund und also sellerie also hund okay aber sellerie rosenkohl was weiß ich dann ist nee was so geschenke technisch haben wir ganz klar gesagt bitte bitte geld bitte nix an ich schenke nur geld wenn ich kein ich nutze die spülmaschinen ich nutze die pfanne nicht wenn die spülmaschinen fest ist also schenk mir nicht so alles kauf ich selber ich weiß was ich brauche so ich bei wir haben jetzt sagen es gibt ja so hochzeit listen ja wir haben sammelsarium an gutschein ich habe die nächsten drei jahre habe ich eigentlich bin ich ausgebucht weil ich noch irgendwie auf einem kran es aus dem flugzeug springen mit pferden den ihre und ein sushi barista kurs macht das ist wenn du kalten fisch aufschäumst keine ahnung wie auch ein schweizer stuff halt aber wenn du das alles miteinander kombiniert und das an einem tag machst könntest du den erfolgreichsten youtube clip aller zeiten ich werde mit einem lahm aus einem flugzeug springen und dann in einem barista laden zu landen um einen kaffee aus fisch zu machen so das ist kennst du dieses wenn man so auf so eine diese plattform hoch fährt um da zu denieren an so einem kran ich habe das schon gesehen ja das ist für eine scheiße schenk mir das nicht was soll das denn ich meine wie läuft das mit dem klo das läuft gar nicht die müssen immer runterfahren wenn jemand aufs klo muss ja und ich bin jemand ich muss wenn ich nicht kann also wenn ich weiß ich kann nicht wenn ich weiß dass ich kein klo habe dann muss sich permanent ja es ist ja also vor allem auch so wenn du dann da oben bierchen und weinchen trinkt und so und du weißt ganz genau wenn ich jetzt einmal pinkeln gehe dann wird das den ganzen abend so weitergehen genau und wenn das ventil einmal geöffnet ist dann ist dann ist ja vorbei sondern dieses ding einfach alle 30 sekunden wieder rauf und wieder runter davon ja jetzt ich müsste jetzt es ist super langsamer freefall tower aber ich frage mich auch ganz ehrlich ob da irgendwie zwei leute zusammensasen der hat gesagt er weiß was man mal machen müsste man müsste mal an einem kran an einem kran aufgehängt drittklassiges essen in 20 metern höhe ohne klo einnehmen kennst du diese freibierpartys die so wo es so lange freibier gibt bis der erste pinkeln muss nee das ist eine fantastische idee das ist eine fantastische idee das ist richtig richtige folter das ist das beste geschäftskonzept von dem ich jemals gehört kannst nirgendwo deine blase so gut trainieren wir auf einer freibierparty freibier bis zum ersten pinkler ja das macht doch keinen spaß mehr die man auch alle dich alle hassen dich wenn du klingeln und ich sag ich muss als erstes pinkeln ich muss immer ich habe ich weiß nicht ich wenn ich weiß ich darf nicht muss ich sofort pinkeln was kannst du dann machen kannst du dann einfach sehen wie irgendwie watte fressen oder so dass das keine ahnung ich denke ich denke mal dass das alle sich irgendwie so eine tina lady unten umgeschnallt haben die extra saugstarke always einmal drum gewickelt so mehrere und dann einfach gönnung und let go das ist glaube ich einfach so ein astronauten anzug im grunde genommen ist pipi auch nichts anderes als wasser mit ein bisschen bisschen sachen drin ja ja schon so aber trotzdem wäre das nichts für mich also pipi zu den geschenken noch mal zurück wir haben uns geld gewünscht und eine sache die ich noch kurz ansprechen möchte wo ich mir immer denkt wir haben eine begrenzte zeit auf diesem planeten alle und ich finde es cool wenn wir die alle mit sinnvollen sachen die irgendwie cool sind wo man sagt ja das mache ich gerne also hört auf geld zu falten in irgendwelche form macht euch ein paypal konto auf und schickt mir das ich kann ich ab kann und möchte eure zu fischen gefalteten 20 euro scheine nicht auffalten und dann peinlich weil sie zerrissen und verknittert sind damit im kiosk bezahlen ich kann sowas schon gar nicht also ich kann ich kann nichts falten zu irgendwas die ein haben uns irgendwie so ein aqua also ein meeresbild gemalt mit 30 und dann so fische gefalten wir haben auch sowas geschenkt bekommen als wir geheiratet haben und ich sag mal so ich respektiere die die anstrengung und die die inspiration die vielleicht da drin steckt aber ich nehme auch einen umschlag ja guck mal du verwendest wertvolle lebenszeit um dieses ding zu falten ja aber das wissen dann die leute vielleicht auch zu schätzen weil die sagen da hat sich jemand wertvolle lebenszeit um diesen fisch der aussieht wie ein keller auseinander zu falten ein keller weiß ich nicht wie irgendwie also ganz ehrlich jemand der es schafft einen geldschein zu einem keller zu falten der ist ja dann wie ein haus ich weiß es nicht aber dieses geldschein falten auch immer diese kleinen fächer die man dann irgendwie so dran macht paypal me wenn ihr mir geld liebe hörer wenn ihr lust habt im simon geld zu schenken paypal oder überweisen ganz klassisch aber nicht falten bitte 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 ja also ich finde wie gesagt geld geld umschlag kärtchen von mir aus eine schöne karte schreit das hin geld rein kommen als ob ich die keramiktasse jemals benutzen würde ich habe nie eine keramiktasse geschenkt bekommen wenn die in der spülmaschine kaputt geht schenk mir nichts was nicht in die spülmaschine kann auf keinen fall generell generell ich war ich pack alles in die spülmaschine ich bin froh dass ich kein kind habe also das ist du kannst in der spülmaschine übrigens sogar lachs zubereiten sous vide ja klar natürlich der der die die spülmaschine ist der sous vide garer des kleinen mannes lange zeit gewesen also der sous vide garer der sous vide garer des kleinen mannes also ganz kurz zum verständnis falls ihr das nachmachen wollt ohne tab und eingeschweißt in einen vakuumiert beutel nur wasser kein kalkolin powerball ich glaube je nachdem wenn man zwei wenn man zwei vakuumierbeutel nimmt kann man auch das geschirr gleichzeitig noch spüren könnte ich mir vorstellen die teller sind sauber und der lachs ist durch das ist doch so dann klappt auch mit dem nachbarn ihr habt ihr habt ihr standesamtlich geheiratet nur standesamtlich standesamtlich und dann zwei jahre später oder eine halbe jahre später eine party ein paar party ja wir sind immer noch am am hadern wann wir das denn machen wollen wir haben standesamtlich geheiratet und seitdem sagen wir immer wir machen nochmal eine freie trauung mit party aber kriegt ihr druck von anderen leuten nie sogar nicht bei uns war das irgendwie dann schon so haben feiern wir jetzt und so gegen scheiß an wenn wir lust dazu haben und geld also was kostet wir haben unser budget echt echt überschritten also das war ja wenn du dann nur tassen geschenkt bekommst ist das natürlich ich muss das refinanzieren das ding wenn die party box leer bleibt dann muss ich umziehen vielleicht sollte man vielleicht sollte man einfach eintritt für hochzeitsvereine im grund genommen ist das geschenk eine art eintritt oder ist das nicht irgendwie so eine art beteiligung ja schon sympathisch wein ist doch immer so eine refinanzierungsmaßnahme ja klar klar ich finde das aber wie gesagt das ist auch vollkommen legitim weil eine hochzeit ist einfach scheißen teuer schenkt den leuten geld wenn sie heiraten ja darüber werden sie sich am meisten freuen klar so eine coole karte und vielleicht irgendwie so wenn du was kleines bastelst ja natürlich aber kein geld falten und das ist ja schon auch irgendwie eine aufmerksamkeit aber ich würde ich würde es genau wieder so machen ich würde auch genau den betrag wieder investieren weil es war einfach saugut ja und ich finde halt wenn du den umschlag mit dem geld schon bei dir führst kannst du ja das kannst ja in dem abend noch variieren genau das übergibst also wenn du merkst so bei eure hochzeit geht mir gerade richtig mit anlauf auf die klötze nimmst du mal schnell 100 raus da sind nur noch 20 übrig angemessen genau zum beispiel wenn auch wenn du einfach merkst die 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 oft ja dann noch vorgeschaltete kirchliche zeremonie und da bin ich ja immer schon so wenn es dann noch kirchlich ist da nehme ich schon die den ersten 50er aus dem umschlag weil und den ersten 40 prozentiger vor der kirche das ich habe übrigens tatsächlich immer ein flachmann dabei wenn ich auf eine hochzeit gehe falls der der bräutigam manschetten kriegt immer ein flachmann in der tasche das heißt es ist so der code red ja nicht immer kommen manschette schluck du hast du eine liste so eine aufgereihte liste im hartelge on schluck blumendeko in der kirchenbank ist ja dann nicht für mich aber wenn er dann sagt so ich weiß nicht so soll ich soll ich jetzt gehe und heirate ach so der ist für den kreutigam ich musste den noch nie zum einsatz bringen ich habe den immer immer selber leer getrunken ich dachte für dich und deine familie nein eine dreijährige tochter die taggequält zwei zwei taggequält anguckt in der kirche weil sie keinen bock hat und dann so nein du kriegst keinen 43er mit milch wenn bis lang große intolerant für ein kind in der kirche ist schon wobei wobei wir mit der kleinen waren waren wir schon auf einer christlichen hochzeit die war tatsächlich sehr schön und die war sehr kurz vielleicht war sie auch deswegen sehr schön aber das war eine relativ angenehme kurze zeremonie wo das waren alles so so musiker kumpels wo dann auch sag ich mal die darbietungen in der kirche auch ein gewissen eine gewisse qualität haben weil das einfach leute waren die ihr musikalisches geschäft beherrscht haben das war cool das war wirklich schön ich war aber auch schon auf was ich ganz komisch finde auf kürchen hochzeit wie oft man sich hinsetzen und wieder aufstehen soll das ist glaube ich einfach nur so eine art herz kreislauf training dass die letzten kirchengänger nicht wegsterben ja also ganz und ich war auch mal ich war mal auf einer russisch orthodoxen hochzeit und da ist es tatsächlich so dass die traumzeugen müssen hinter dem braut verstehen und den so kronen über den kopf halten so richtig große schwere kronen und die haben einfach nicht aufgehört zu singen und es kam noch ein lied und noch ein lied und noch ein lied und du konntest einfach sehen wie diese diese hände die diese kronen hielten immer mehr anfing zu zittern und es waren es war eine sehr zierliche junge frau die die eine krone halten musste und der andere trauzeuge war so ein riesen karenzmann bärenfänger so der war auch opan tenor was sonst und du hast halt irgendwann gesehen dass er einfach die krone über dem bräutigam nur noch mit einer hand festgehalten hat und dann noch geholfen hat sie auch wie süß und die dann auch geheiratet die beiden wahrscheinlich ja in einer perfekten welt ja aber die das ist so für diese zirnberg warum ist das alles so lang das ist ja nicht das was spaß macht ja das macht ja auch mit dem brautpaar nicht spaß ja da geht es ja dann noch doch noch sehr viel um tradition und und alte bräuche und alles alte bräuche sind aber komisch also auch so ich bin ja ich bin ja bin ja nicht mal getauft ich hatte ja auch nie irgendwie hier ketzer so wie heißt das hier kommunion konfirmation so namenstag ist das auch was ist das auch was kirchliches aber es ist ziemlich heidnisch ja ach so aber weiß ich nicht weil das war früher war das auch mal so nicht ich habe namenstag ja aber namenstag hatten doch immer diese diese die markusse und johannes deswegen können schon sehr christlich sein ja oder so leute die simon heißen kann ich nicht wobei jan leitet sich ja wiederum ab von johann johannes johannes ja aber die fanversion das ist richtig das ist die fanversion johannes johannes was ja letztlich heißt glaube ich von gottes gnaden oder gottes gnädig also von 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 heiden habe ich sehr sehr christlichen vornamen aber ich weiß gar nicht wann da jetzt namenstag wäre so und ich glaube kinder die jetzt so namen bekommen sie heißen jetzt alle irgendwie schenaya reilly enja enja die haben gar kein namenstag mehr oder hast du irgendwie in irgendwelchen kalendern stehen heute cleopatra cleo habe ich namenstag 2060 2060 boa konstrictor gott um den 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 bogen zurück zu spannen also dieser dieser christliche oder sagen wir mal religiöse budenzauber bei 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 hochzeiten bei konfirmation union und diesem ganzen kram also das ist mir so fremd ich gehe einmal im jahr in die kirche ja ja obwohl ich natürlich nicht an also ich glaube nicht an den gott aber ich gehe einmal in die kirche und zwar an weihnachten in die kindermette und das mache ich nur um mir das krumme flöten spiel okay jetzt jetzt warte ich auch eine sehr gute erklärung mir das krumme flöten spiel von den vorschulkindern anzuhören das ist großartig das ist wirklich ja das ist so lustig das ist so wenn dann eine irgendwie dann machen die so ein krippenspiel mit schauspielerischer leistung ist geil hallo her wird wir brauchen eine hütte weil meine frau hochschwanger ist was mich wieder an die darbietung auf hochzeiten erinnert die die irgendwie geige gelernt hat aber erst sieben ist und die für sieben schon echt gut spielt aber es geht dann halt trotzdem mal so drei vier töne so richtig daneben so dieses nach und du so lieber stille nacht als das ehrlich gesagt da gehe ich in die kirche ansonsten klar bin ich jetzt ich bin ja ich bin aus der kirche ausgetreten ja ich bin schon seit drei jahren nicht mehr in der kirche und ich habe schon zwei richtig schöne urlauber dadurch gespart also das ist echt eine menge kohle man muss 30 euro dafür zahlen aber dann bist du raus aus dem game so das kostet auch noch wenn man raus ja verwaltungsgebühr so kann sie aber ja aber da kann man sich jetzt irgendwie sträuben wenn man aber dafür am ende des jahres tausend euro kirchensteuer gezahlt hat dann ist dieses ist sie ja ist sie schießt schießt ich habe ein sehr gutes produkt für religiöse pizza fans und zwar die schießes crust bei der boden ist so eine oblade und im rand ist wein sehr gut sehr gut nur so falls jemand interesse hat kann er sich gerne für dieses produkt bei meinen anwälten zu melden und beim patentamt jesus crust holy flavored finde ich ganz gut und ich bin wie gesagt ich bin ich glaube ich unsere kirche raus und alles und finde es natürlich ich meine ich darf ja auch gar nicht homosexuelle und die katholische kirche sind ja immer noch so ein bisschen auf kriegsfuß warst du auch noch bei den hier bei den bei den katholiken ja katholiken darf man nicht sagen weiß ich nicht aber ich glaube religion ist noch mal richtig ist kümmer eigentlich noch mal anders aufbereiten ich finde und wir haben vor einiger zeit und es ist ja auch immer noch sehr aktuell mal über verschwörungstheorien gesprochen diese ganzen leute die glauben dass es eine einen einen typen namens q gibt wer war neu wer ist das q q ist eine angebliche entität aus dem internet der der diese ganze der dieses ganze narrativ losgetreten hat von von kindern die unter der erde gefangen gehalten werden weil aus deren blut adrenochrom hergestellt wird was dann die elite die welt elite benutzt um unsterblich zu werden und nur donald trump kann uns alle vor denen retten gibt es dafür ein qr-code sicher und das sind die q anons die die dem hinterher rennen donald trump kann uns retten das ist jetzt der neuer donald trump kann uns retten ja ja donald trump weil hillary ist ja zum beispiel gehört ja zu den bösen ist sie ein reptiloid die ist mit sicherheit ein reptiloid aber bei der könnte mir vorstellen dass sie ausbrühtet gut möglich gut möglich aber das ist halt nicht die die leute die das glauben sind für mich nicht sehr weit entfernt oder andersrum gesagt ich bin der meinung dass religiöse menschen nicht das recht haben sich über verschwörungstheoretiker lustig zu machen religiös in also religiös ist ja schon sehr weit gefasster gut also wenn man also religiös ist für mich wirklich glauben an das was da also jetzt nicht ein agnostiker der irgendwie so ein bisschen sagt ja kann sein ja dass da irgendeine macht ist die bla 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 im sinne von der richtigen konfession so die glauben dass ein unsichtbarer alter mann im himmel alles weiß was wir hier unten machen ich sag auch sogar dass das ein mann sein soll also das ist allein das ist schon so so weil ich mein der anfang muss eine frau gewesen sein also wenn man mal überlegt also du kannst ja nur jemanden gebären oder irgendwas wenn du verstehst du ja aber der hat uns ja nicht geboren der hat uns doch aus lehm geformt entschuldigung so ich vergaß so eine geile geschichte auch wenn man irgendwie überlegt wenn man heutzutage irgendjemand sagen würde ich habe im dornbusch geredet der gebrannt hat und dann müssen wir durchs meer laufen so dann würdest du den glaube ich irgendwo hin bringen nee du würdest wenn das auf facebook gepostet wäre würde sich dir sofort irgendein faktencheck irgendein bestusster imbisskoch würde sich dir sofort anschließen und dann irgendein jammerbarde und würden deine lehren im internet verbreiten und tausende und abertausende würden den scheiß glauben und das ist halt genau die nummer ob ob jetzt facebook post oder war sich nicht steintafel oder irgendwelche alten vergilbten seiten das ist der gleiche schmonzes entschuldigung der brennende busch und die unterirdischen kinder knäste und donald trump als retter der welt das ist das gleiche es ist einfach der neue messias es ist der gleiche bullshit und ich glaube menschen wollen das einfach haben ja aber ansonsten fällt soll schnell in da sind wir wieder bei den einfachen erklärungen und bei den sachen sind so weil sie so sind also das ist ja oft irgendwo man sich denkt so marihuana ist illegal weil es verboten ist genau also eine schöne tautologie wo man die sache mit sich selbst erklärt irgendwie das ist keine erklärung das ist eine wiederholung von zwei worten von zwei synonymen irgendwie und die leute wollen halt einfach ja das ist halt so zwar immer so und ich finde das auch zum beispiel dass viele leute gesetze wollen um sich adäquat zu verhalten zum beispiel leute wie jetzt wie in der fleischindustrie dass das hieß irgendwie so alles wird total die die arbeiter die tiere alles wird gequält wir machen die umwelt kaputt dafür dass wir so billiges fleisch haben können und so und dann gibt es die leute die die sagen ja wenn das verboten wenn die regierung mal ein gesetz dann würde ich auch nicht mehr essen so weißt du also so dieses nein weißt du also du kannst doch nicht immer sagen du kannst du nicht alle verantwortung immer von dir wegschieben natürlich nicht und das mit irgendwie es gibt aber einen gott der das sagt und eine regierung aber aber die eigenverantwortung das ist natürlich meine natürlich natürlich ist religion auch eine verantwortung von sich wegschieben absolut weil das ja alles ist es ja alles der göttliche plan alles was passiert ist ja der göttliche plan man hat er ja selber nur bedingt einfluss drauf weil alles ist ja von gott vorherbestimmt und alles ist so gewollt aber warum dann beten das ist glaube ich der dienst ich finde gott ist aber man betet doch eigentlich die beten doch immer nur wenn sie was wollen das ich finde auch die beichte geil eigentlich so na du kannst so do what you want and tell me und dann ist schon okay und dann ist okay so gut wenn du wenn der der partner sich im anderen in kajüte noch wie in so einem sexkino auf seine geschichten auf seine sünden geschichten doch ein schrubbt irgendwie ja und dann habe ich meine neffen angeguckt und 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 dieser aus ja ich weiß auch nicht das ist ein ganz schwieriges thema man muss natürlich auch was ist dass man jetzt nicht immer kann ich jetzt nicht alle priester und so nein aber wie gesagt also ich bin der meinung dass würdest du heute plötzlich mit einer geschichte wie die aus der bibel um die ecke kommen würde der großteil der leute sagen du hast komplett den senkel am brennen sage ich doch mit den brennen dornbusch aber einweisen einweisen würden sie sich nicht aber es würde auch eine ganz menge leute geben sagen ja genau so ist das nämlich weil die die also das ist auch eine verschwörungstheorie nichts anderes das einfach nur hören sagen und irgendjemand hat das irgendwo aufgeschrieben in keinem gericht der welt würde man im einspruch nicht statt geben hören sagen mutmaßung da habe ich viel zu viele gerichtsserien geguckt als mal dass du mit der bibel als beweis durchkommst ja trotzdem wird auf die bibel geschworen dann hat der mann und dann hat der wahl den mann ans meer gespuckt einspruch hören sagen nein ich habe fotos hier ist der wahl sie werden verurteilt grund von wahl betrug das alles eine riesen verarche ich lass mich nicht verarchen nee also ganz im ernst und ich kenne so leute ich kenne leute die die das glauben einspruch bitte einspruch ganz kurz zurück auf die arche noah ja was ist mit den fischen und allen lebens also allen meeres tieren gott wollte doch alle vernichten oder also das war doch so ja alles leben nur die die auf der arche sind können weiter was ist mit den meeres tieren so die freuen sich über den steigenden meerespiegel just saying ja aber vielleicht ist deswegen auch der fisch ein geheimes zeichen der christen weil fische sind okay und krebse langusten die ja mit auf der arche meeres werden jetzt nicht haie delfine mantas fangschrecken krebse fetzenfische kennst du den fetzenfisch ich glaube ich google mal fetzenfisch das ist so geil das ist einfach ein fetzen ist einfach nur ein fetzen sieht aus wie ein korallen fetzen heißt fetzenfisch ist alles teil des göttlichen plans für nach gut wahrscheinlich heißt es der wissenschaftler der ihnen entdeckt hat doch von las fetzen genau da las fetzen und man denkt so es ist weil er so fetzen hat aber eigentlich hieß nur der typ las fetzen professor dr las fetzen hat diesen fisch entdeckt jetzt wird mir so viel ist klar las fetzen alter ja ja vielleicht hast du da jetzt tatsächlich mal einen punkt entdeckt wo man doch berechtigt anzweifeln könnte dass das alles so passiert ist was in der bibel steht mit dem wahl ja mit der arch und so ist halt da vielleicht doch mal da ich bin ich der erste der es in einem ansonsten ja unangreifbaren buch vielleicht doch eine logische lücke ich muss dazu sagen zudem zu der bibel dass ich gerade so ein relativ spirituell angeauchtes buch konsumiere und der autor zitiert relativ relativ oft zitate ist das doppelt gemobbelt zitiert zitate jetzt zitiert jesus und wenn man die sprüche die in der bibel stehen auf auf eine philosophische und nicht auf die christ auf die auf die konservative art und weise deutet haben die teilweise eine ganz andere bedeutung es ist sehr interessant hätte ich auch nie gedacht dass ich das erklärt dann das zitat und erklärt was er was jesus sowohl er denn gelebt habe eigentlich damit meinte und das ist er also das wenn wenn das so stimmt oder ansatzweise war der ehren philosoph jesus also einer der ersten philosophen das würde sinn machen ja und das ist fand ich sehr sehr spannend mal mit einem anderen licht an sowas ranzugehen was mit einer anderen perspektive wenn jemand das mal in anderes und er sagt auch das ganz viel in der bibel einfach missinterpretiert wurde da sind ja auch übersetzungsfehler übersetzungsfehler und da gibt es ja auch kapitel die die gestrichen haben und so zeug also die bibel wurde ja auch einmal wirklich so also geschwärzte passagen wo man so sagt okay so das ist also den ermittlungsakten im kennedy fall so die geschwärzten passagen der bibel die werden wahrscheinlich erst in 500 jahren werden die rausgegeben dann darf man die einsehen dann stellen wir fest dass das alles ein riesiger schmonz ist es wird komplett falsch interpretiert haben was da drin steht john f kennedy wollte an dem tag eigentlich nur eine kugel eis kugel hat er ja auch kommen ich habe letztes mal schießerei gegoogelt gab 20 treffer ja ich sag mal armen amen amen halleluja